Ich bin bei Merch by Amazon in die Kategorie 500 aufgestiegen. Hallo ich bin Jense Christ. Für alle die sich jetzt fragen was ist eigentlich Amazon Merch und was bedeutet es in die Kategorie 500 aufzusteigen. Amazon Merch ist die Plattform von Amazon in dem man T-Shirts verkaufen kann die Amazon dann drucken lässt. Wenn man damit anfängt dann kann man nur zehn T-Shirts drucken und das ist ein bisschen wenig. Und je mehr Produkte man verkauft desto höher steigt man. Und die Kategorie 500 sagt dass man 500 Produkte verkaufen kann. Darum werde ich mehr verschiedene Produkte verkaufen. Was ich ja auch gemacht habe ist dass es zu jedem T-Shirt Produkt jetzt auch ein Produkt gibt mit langen Ärmeln. Das heißt du kannst dir etwa etwas mit kurzen Ärmeln aussuchen und etwas mit langen Ärmeln. Also die Produktvielfalt sowohl im christlichen als auch im nicht christlichen Bereich wird sich vergrößern. Denn ich habe noch viele Ideen die noch umgesetzt werden können. Wobei ich glaube irgendwann werde ich dann auch mit diesen 500 an die Grenze stoßen. Also bitte kauft die T-Shirts dass ich bald wieder aufsteigen kann. Außerdem gibt es jetzt sehr viel mehr Produkte von meinen Ich-Tis. Und ich habe angefangen diesen Ich-Tis auch in andere Sprachen zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel Italienisch. Das heißt in Italienisch gibt es jetzt auch sehr sehr viele Ich-Tis T-Shirts von mir. Denn ich will versuchen die Marke Ich-Tis von mir in andere Sprachen zu etablieren. Ich würde mich sehr darüber freuen wenn du ein T-Shirt von mir kaufen würdest. Deswegen findest du jetzt hier einen Link wo du ein T-Shirt kaufen kannst. Freuen würde ich mich darüber natürlich weil ich so die gute Nachricht in die Welt bringen kann. Und bei den nicht christlichen T-Shirts kann ich ein Lächeln in die Welt bringen. Denn das ist meine Intention mit den T-Shirts. Und je mehr ihr diese T-Shirts kauft desto mehr T-Shirts kann ich veröffentlichen. Wenn euch das gefällt und wenn ihr gerne mehr über den T-Shirt Verkauf wissen wollt dann solltet ihr meinen Kanal abonnieren. Denn hier bekommt ihr regelmäßig Updates was für T-Shirts es gibt. Und auch sonst findet ihr hier irgendwo vielleicht ein Video was dich interessieren könnte oder eine Playliste. Vielleicht die T-Shirt Playliste. Da kannst du ja mal angucken welche Videos ich schon zu verschiedenen T-Shirts gemacht habe. Ich wünsche jetzt Gottes Segen.